Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technic SMP ROT Version 2. Mit dabei, der Crazy. Hallo. Und mit auf dem Server, aber nicht im TS, ist der Biber Putzemann und Miner einer, der DOSCH. So, das sollte jetzt eigentlich nur eine kurze Aufnahme werden. Und zwar, der Miner ist fertig. Wir wollten euch dann mal die Ergebnisse zeigen. Wir haben noch nichts verarbeitet. Und Aua. Also, das ist ein bisschen sehr krass, bin ich ehrlich. Also, dann hier mal die ganzen Florete und Calcite. Das ist eine schöne Summe. Ich meine, auf Vorrat haben, kommen wir mal. Wir brauchen es jetzt noch nicht. Wir sprechen uns wahrscheinlich nochmal mit Trevolo, Baker und Street ab, ob das irgendeiner braucht, weil wir brauchen es momentan noch nicht. Ja, sammeln wir erstmal, oder? Ja, ich meinte jetzt nur. So, dann fangen wir ein bisschen weiter an. So, Petroleum, Boxid, Appetite und Magnetite. Also, falls du eine Truhe voll, kannst du nichts gegen sagen. Da ist noch Tetra-Etrid-Ohr drin. Stimmt, habe ich komplett übersehen. Ja, okay. Zehn hatte ich letztens eine größere Ader, die erste, die ich entdeckt hatte, aber haben oder nicht haben. Okay. So, dann kommen wir zu einem noch ein bisschen krasseren. Lapis, zwei Stacks Dias, zwei Stacks Emeralds, dreieinhalb Stacks Gold, oh, das ist noch Petroleum. Zertus Quartes ist ordentlich. Yellow White, Dark Iron, Cadmium, Alu, Uran. Komischerweise auch ein Sphalorid-Ohr, das haben wir nicht reingetan, das haben wir gefunden, über den Miner. und wir haben zwei iridium so ja aber scheiße so einige haben es vielleicht schon gesehen aber wir haben jetzt hier extra die spezialisten mal rausgeholt und zwar eisen 2739 42 stacks und 151 so ein steck 64 stäck kohle ist aber nicht alles deswegen hier oben noch der truhe sind ich genau 65 stacks und 55 kohle erst redstone war ein bisschen mager finde ich 616 aber es reicht ja weil man muss bedenken dass wir über die enrichment chamber aus einem redstone nur zwölf redstone kriegen also auch schon super verhältnis 3588 also 56 stacks aus mir um 721 schöne summe aber auch ein bisschen mager finde ich mal lassen ja pitchblende brauchen wir immer noch nicht keine ahnung wofür aber 773 ich glaube ja müsste ja so kommen wir zum hauptschreiter und dem größten erzeugnis kupfer das was sonst überall zu kurz ist 64 64 stacks und dann auch hier ein paar stacks also kupfer mir jetzt ordentlich das sind mal 75 und 23 stück also wir haben letztens noch mit street 10 zu 10 gezeigt dass wir kupfer wieder haben silber haben wir 613 stück auch eine schöne summe dafür dass selber was seltener ist und lied 571 auch eine schöne summe finde ich dafür dass die beiden ärzte so was seltener sind also fangen wir doch mal an alles zu verarbeiten oder ja ich finde mal kurz dazu sagen der meiner lief jetzt bei uns zwei tage glaube ich ne ja und ein paar mal hatte er keine energie also wir haben oben die windkraft ausgebaut bis auf zehn wind windturbinen hier seht ihr es also hier haben wir es jetzt wird komplett ausgebaut naja was ist komplett wir können immer noch ein paar reiner zu schließen äh wo bist du hier oben ich bin quasi neben dir dann habe ich jetzt mal äh gestern abend eine kleine magnum torch gemacht und wir hatten ja hier wirklich tons auf cobblestone drin 250 sind übrig geblieben und wir haben knapp 25.000 oder mehr verarbeitet wie sieht es eigentlich aus wäre es sich einfach klüger oben drauf mit neos extruder zu setzen könnten wir aber der speicher da oben keine ähm die werden doch mit neos extruder gespeichert da kann ein stack drin bleiben das nächste mal neos extruder ok ja ja mach mir sowas früher ich dachte das wüsstest du du bist doch der allwissende x neos extruder gott ach naja ich habe gestern eine bessere variante kennengelernt oh man ich wills glaub ich kann ich das wissen damit hast du denn achtfachen oder wie vieles auch sinn innerhalb von einem tag und davon stack nein ich mach das jetzt nicht hat jemand was von dir erwartet hat jemand was von dir erwartet du weißt warum ich das fährt gezogen hab ne warte mal wo sind die speed upgrades hast du sie? nö weißt du wo sie sind? nö da ist nur die sehr krisen thema und die transfer pipes drin wo hab ich zu zur heile hin? hier irgendwo? wie viele waren das? waren acht stück alter die können doch jetzt nicht weg sein nö naja komm dann mach wir die nachher einfach nochmal neu wenn wir sie nicht finden ich meine andere Ressourcen solltest uns ja jetzt nicht fangen ich such sie ich werde ich film sie äh du wolltest aber nochmal die vierfache R2-Arbeitung nochmal schnell zeigen dass wir jetzt das anfangen können du hast ja schon alles fertig gemacht ne? aber ich habe super extra die die speed upgrades dafür ja dann nimm die so lange weißt du du gehst nach oben ich schau nur aus wo irgendwie aus Instinkt in die Eisen-Truhe was da drin ist ach da sind die speed upgrades erstmal rausnehmen du fassern so suchen soll ich dem das jetzt sagen? ach du bist gemein du kennst mich doch ok jetzt bekommt erstmal die enrichment chamber ach die hat ja schon vier ja ja die haben hier schon alle vier ok also die plötzlich ins Formel ah redstone hammer ah scheiße kannst du mir das mal kurz abbauen oder hast du keinen sick? doch nicht die Fackel pöööööööööööööööööö ja ordentlich nimm die Swingflug nochmal runter danke danke also packen wir noch alles oben rein Also, wir müssen unten noch den Input umstellen. Mach das mal. Da muss oben das Rote rein. Ah. Jetzt noch Lapis. Ob da die Kiste reicht? Sagen wir so, wir werden es ausleeren. Wir werden es ausleeren lassen. Oh, jetzt hat es 5 Speed-Upgrades. Gefällt sich das vom Strom? Ja, geht. So, die vierfache Erzverarbeitung? Eigentlich ganz leicht. Er müsse hier nur mal ein bisschen mehr Platz machen. Wir können ja nur was hier in die Wand gehen. Warte mal kurz. Ich muss grad mal schauen, warum man Minecraft so laggt. Kann ich grad nicht mehr schalten? Ah. Ich weiß warum. Steamer-Updaten? Nein. Google-Chrome-Updater. Ah. Er geht immer bei Java an. Ich mach jetzt immer noch ein kleines Loch in die Wand, ne? Ah. Jetzt kann ich wieder Schei zacken. Ähm. Ja, genau hier in die Wand. Ne, noch eine P... äh... Spit. Okay. Nevermind. Warte mal kurz. Ich muss mal schauen, wie die aufgestellt werden müssen. Okay. Den Deckel schau mal andersrum. Ah ja, die Dias und die Amovals werden wir bewusst nicht irgendwie mit welchen Maschinen, ähm, upgraden. Also, das werden wir wirklich mit dem Hammer machen. Weil, wenn man mal drauf guckt, Fortune 3. Die Dias oder so kann man halt alle höchstens verdoppeln. Und das ist uns wenig. Da haben wir wirklich die Chance, dass es noch mehr rauskommt. Okay, dann brauchen wir... Pass das so oder noch ein bisschen größer? Das passt so. Ich brauche mal kurz ein paar, ähm, Pipes für die Flüssigkeiten. Also für Ducts. Ja, nur von Mechanismen. Oder wir nehmen echt die Fluid Dux. Ach, Fluid Dux sag ich. Fluid Conduits. Ja, Fluid Conduits, ja. Ich hab's ja schon. Oh, okay. Mal schauen, ob das geht. Da haben wir nicht unser Problem. Hast du auch Import oder? Ah, ne, der hat gar keinen. Mal schauen, ob's auf der anderen Seite geht. Leckt das Dörfer gerade? Nee. Echt? Ich hab so kleine Legs. Ja, aber mir ist aber auch ein bisschen am Ruckeln, also schon... Nee. Also da kann nur durch die... Okay. Da brauchen wir doch die anderen. Also diese Mechanical Pipes, ne? Nein, nicht die. Die haben wir ja nicht schon da. Wir brauchen die... Press your wrist tube. Glas und Stahl. Oh na, warte. Sind das die? Ja, das sollten die sein. Für Oxygen und Hydrogen, ne? Ja, normalerweise dürften wir auch noch was anderes transportieren. Ach, ich bin doch ein Idiot, scheinern wir da jetzt unten. Wir können ja mal ein bisschen was machen. Habt ihr schon alles im Inventar, ne? Äh, ich hab jetzt aber nochmal acht gemacht. Äh, okay. Äh, du müsstest einen roten Stein im Inventar haben. Nein. Okay. Also so, ne? Ja, ja, das meinte ich. Okay. Sorry. Merke ich mir. Okay. Hier haben wir noch ein Elektrolytik separator, meine Fresse. Ähm... In welche Maschinen muss es dann rein? Nein. In den Chem... Dann brauchen wir noch eine zweite. Ja, die ist mir mal bauen bei mir reingekommen. Äh, kannst mir mal die Pipes geben. Kannst du ja schon mal bauen. Und zwar ist es die... Die Chemical Injection Chamber. Oder... Chemical... In... Lass die Design... Also da... Oder? Das mache ich nicht alleine. Chemical Injection Chamber... Oder... 4... 36... Ich bin gerade ein bisschen am rechnen, also entschuldigt, wenn ich mal nicht so laut bin. Wenn ich mich nicht verzählt habe, brauchen wir 54 Schillen mit Dalloy.